Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Abenteuer Brettspiele, diesmal wieder mit einem besonderen Video, denn es geht um den Kennerspiel des Jahres. Preis genauer gesagt um die Nominierungen für das Kennerspiel des Jahres 2024. Am 11. Juni wurden diese von der Jury bekannt gegeben und im Vorfeld haben wir ja wieder viele spekuliert, inklusive mir und viele meiner Leser in einem Tippspiel, welche anspruchsvolleren Spiele denn beim Kennerspiel des Jahres nominiert werden könnten. Das ist ja der Preis, der zumindest für mich und viele andere spannender ist, weil doch hier ein paar etwas anspruchsvollere Spiele nominiert werden, auch wenn die mittlerweile auch nicht so wahnsinnig komplex sind, denn für die Jury ist ja Kennerspiel des Jahres Preis also der Next Step nach dem Spiel des Jahres. Ja und da haben wir zum einen die Empfehlungsliste, das sind die Spiele, die es nicht ganz auf die Nominierung geschafft hat. Es gibt ja drei nominierte Spiele, die dann am Ende gewinnen können. Die Empfehlungsliste ist quasi die erweiterte Liste, wo noch ein paar weitere Tipps sind von guten Spielen, guten Kennerspieler aus dem Jahrgang. Und hier wurde auf die Empfehlungsliste gesetzt Mischwald. Das hatten viele wirklich als Nominierten, ich auch als Tipp für den Nominierten. Ein bisschen überraschend, dass es nicht nominiert wurde. Botanicus konnte ich spielen, war ein okayes Spiel, aber habe mich bis jetzt noch nicht so vom Tisch gerissen oder vom Stuhl. Ritual kenne ich nicht und Bierpioniere, ein tolles Spiel habe ich auch jetzt mittlerweile häufiger spielen können. Ein sehr schönes Spiel. Ja, dass das auf die Empfehlungsliste gekommen ist, auch eine schöne Sache. Ich habe selber auf der Empfehlungsliste vorher die Weiße Burg gesehen, als Sonderspiel leider gar nicht Erwähnung gefunden. Für mich das Top-Spiel des letzten Jahres. Insel Express auch ein großartiges Spiel, Pirates of Maracaibo, The Vale of Eternity und Djinn. Also ich fand es gab gute Kennerspiele, die alle hier jetzt keine Erwähnung durch die Jury gefunden haben. Leider. Und dann schauen wir mal, welche Spiele denn wirklich da nominiert wurden. Und dann haben wir zum einen die Gilde der fahrenden Händler bei Skellig Games 2023 erschienen. Hatte ich letztes Jahr schon auf dem Schirm, dass es vielleicht schon für das Kennerspiel reicht. War dann glaube ich zu spät. Finde ich schön, dass die Jury das immer noch auf dem Schirm hatte. Auch wenn es jetzt schon fast ein Jahr alt ist irgendwie und man bei vielen schon wieder in Vergessenheit geraten ist. Ein sehr schönes, toll ausgestattetes Flip-and-Ride-Spiel. Wir denken so Karten auf und breiten uns dann auf einer Fantasy-Landschaft, so sechs Ecken, aussiedeln, machen neue Siedlungen, Handelsstützpunkte und versuchen Schätze zu finden und ähnliches. Also wirklich sehr schön mit sehr starken Sonderkarten, die man bekommen kann. Also die Gilde der fahrenden Händler gefällt mir auch sehr, sehr gut. Von Matthew Dunstan, Bradgy Gilbert und wie gesagt bei Skellig Games erschienen. Die zweite Nominierung, das hatten glaube ich fast alle, ich auch, getippt. Nämlich E-Mission von Schmidt Spiele, ein ehemaliges Crowdfunding-Projekt von Matt Leacock und Matteo Manapace. Ein bis vier Spieler spielen hier kooperativ und zwar versuchen wir als Nationen oder als ganze Nationengruppen, Europa zum Beispiel, den Klimawandel zu stoppen und das fängt ja damit an, dass wir, jeder hat eine andere quasi Nation, ein anderes Gebiet der Welt und hat eine bestimmte Anzahl von schädlichen Treibhausgasen, die ausgestoßen werden. Und unser Ziel ist es, durch verschiedene Projekte und durch Zusammenarbeit einerseits diese schädlichen Ausgase quasi zu ersetzen oder die schädliche Produktion von Energie durch grüne oder durch, um neutrale, also umweltfreundliche Energie zu ersetzen. Das heißt, es ist wichtig, die Bevölkerung, die Wirtschaft etc. weiter mit guter Energie zu versorgen, aber eben den Wandel zu schaffen zu erneuerbaren Energien, die der Umwelt nicht schaden, dem Klima nicht schaden, und wir arbeiten halt auch zusammen und das entscheiden oder was ziemlich cool ist, am Ende jeder Runde gibt es Krisen und die werden immer mehr, je höher die Temperatur steigt und die sind wirklich hart und da kann man auch schnell mal verlieren. Also wirklich ein thematisch tolles Spiel, ein bisschen in Details, vielleicht ein bisschen fitzelig, sage ich mal, aber insgesamt wirklich ein tolles Spiel, das das Thema sehr gut umsetzt und für mich auch eine sehr schöne Nominierung für das Kennerspiel des Jahres. Und wir haben ein bisschen überraschend dann Zug um Zug Legacy, Legenden des Westens, bei Days of Wunder erschienen 2023. Eine Riesenbox, auch gar nicht so günstig, da hat man auch überlegt, ob das vom Preis her überhaupt etwas ist, was man nominieren möchte, aber es ist halt eine Riesenbox und es ist ein Legacy-Spiel, mal wieder richtig gutes Legacy-Spiel. Und zwar greift es die Grundmechanik von Zug um Zug auf, das ist ja ein tolles Klassikerspiel, das ist auch Spiel des Jahres schon geworden. Und Zug um Zug Europa, was ich ja sehr mag, viele Ableger, wo wir halt quasi Strecken bauen. Und hier bauen wir nicht nur die Strecken und erfüllen Aufträge, sondern hier erschließen wir erst das Land nach und nach, denn es spielt sozusagen die Erschließung des Nordamerikas, der USA im 19. Jahrhundert quasi wieder, wo wir nach und nach von Osten Richtung Westen bauen. Und das ist sehr spannend, immer wieder neue Dinge, auch überraschende Dinge kommen hier ins Spiel. Also eine sehr schöne Variante von Zug um Zug hier als Legacy-Variante. Von Rob Daviau, Matt Leacock und Alan R. Moon, zwei bis fünf Spieler, können das hier spielen und hat jetzt schon den Rang 254, also auch sehr beliebt. Ja, das sind so die drei Nominierten und das finde ich keine schlechten Nominierten. Also hier sind zwar sehe ich auch ein, zwei Überraschungen dabei, dass die Gliede der fahrende Händler dabei ist, überrascht mich insofern, dass sie ein bisschen älter ist, finde ich aber gut. Und Zug um Zug Legacy auch ein tolles Spiel, aber auch vielleicht hätte man so ein Legacy-Spiel jetzt hier nicht erwartet. Was mich jetzt eher überrascht hat, ist einerseits das Mischwahl, was viele auf dem Zettel hatten, auch ich nicht nominiert ist. Was mich aber noch mehr überrascht oder vielleicht noch ein bisschen ärgert ist, dass Heat Padded to the Metal auch hier von der Jury nicht erwähnt wurde. Ein Spiel, was meiner Meinung nach wirklich super angekommen ist, in der breiten Masse auch super angekommen ist. Ja, auch eine Erweiterung mittlerweile bekommen hat, die sehr gut angekommen ist. Ein tolles Rennspiel mit vielen Möglichkeiten, das dann auch komplexer werden kann durch die vielen Module, die drin sind. Ein super Paket, was schon in dieser Grundbox drin ist. Also schade, dass die Jury Heat Padded to the Metal ja nicht erwähnt hat, aber das könnte so ein deutsches Ding sein. Schon Asmodee hat ja überlegt, ob es sich auch lohnt, so ein Rennspiel in Deutschland rauszubringen. Hat es dann irgendwann dann nur erstmal in der Kooperation mit Thalia rausgebracht. Das heißt, die Verfügbarkeit war auch nicht gut und auch jetzt war die Verfügbarkeit nicht so toll. Vielleicht war das noch ein Grund dafür, dass das Spiel hier nicht mit Beachtung fand. Aber ich finde es schade. Aber gut, Heat Padded to the Metal hat seinen Erfolg und braucht jetzt nicht unbedingt diese Kennerspiel des Jahres Nominierungen. Ja, aber ich bin sehr zufrieden hier. Ich würde persönlich tippen, dass wahrscheinlich am Ende E-Mission auch hier gewinnt. Einfach weil die Jury, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber man hat schon in den letzten Jahren das Gefühl, dass so ein bisschen Politik oder ein bisschen gesellschaftliche Aspekte hier auch reinfließen. Bei den Nominierungen, dass man schon vielleicht hier gerade das Thema auch als wichtiger vielleicht erachtet, als bei Gilder der Fahrende Händler ist es ein Fantasy-Thema. Bei Zukunft ist sie ein geschichtliches Thema, was sehr locker und leicht umgesetzt wurde. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das Thema von E-Mission hier auch mit rein spielt. Aber wir werden sehen, wer am Ende gewinnt. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn die Gilder der Fahrende Händler gewinnt. Das wäre so ein kleiner Überraschungsgewinner. Ja, das wären so meine Gedanken dazu. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, was ihr von den Nominierungen zum Kennerspiel des Jahres haltet. Ob da eure Favoriten dabei sind, ob irgendwas Wichtiges fehlt, wo ihr sagt, es kann nicht sein, warum das jetzt nicht nominiert wurde oder zumindest nicht erwähnt wurde. Hinterlasst gerne einen Kommentar, das würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!